Mit einem roten Spielmobil im Gepäck tritt die nächste Dame den Kampf um die Händlerkarte an. Für den Mini-Flitzer wird eine neue, passendere Garage gesucht. Ja, ich bin die Marleen und ich habe ein Tretauto mitgebracht. Das habe ich von meiner Mutter und ja, ich finde es auch eigentlich ganz schön, sich hinzustellen. Aber ich selbst bin natürlich nicht so ein großer Autofan und ja, deswegen muss das nicht unbedingt sein. Ein Gefährt, das das Kind im Manne weckt. Mal schauen, was unser Experte Sven Deutschmanek dazu sagt. Aber du entschuldigst, ich sehe der Sven, immer wenn hier Sachen sind, die mich richtig interessieren, ruft er mich nicht. Hallo Prinzessin, wie heißt du denn? Ich bin die Marleen Gräse. Es war natürlich mal schön, dass jetzt eine junge Dame wieder bei mir am Tisch war. Optisch hat sie was hergemacht. Das Tretauto nicht ganz so viel, weil es war dann rumgefrickelt. Aber ansonsten ein recht nettes Mädchen. Marleen Gräse, das finde ich jetzt aber mal ein toller Name. Und hier hast du auch noch was, wo mein Herz noch viel höher schlägt. Nämlich ein altes Tretauto und die gleiche Mechanik drin wie in meinem allerersten. Aber sei ganz ehrlich, da habt ihr nie drin gesessen als Kinder, oder? Nein, das war viel zu wertvoll für meinen Opa. Der wollte das gar nicht. Meine Mutter nicht und ich auch erst recht nicht. Der hat das sogar noch aufwendig restauriert. Und ja, ab da ging gar nichts. Waren wir noch zur Deko. Ach, der Opa hat das restauriert? Ja, genau. Also in Auftrag gegeben. Okay. Also diese Mechanik, die da drin ist, ist ekelhaft für Kinder. Ja, wirklich. Weil mein erstes Tretauto, an das erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, und ich bin heute noch böse, dass meine Eltern das irgendwann verschenkt haben, war ein Jaguar E. Mit dieser Scheiß-Technik drin. Tat manchmal weh. Das darf man einfach mal so sagen. Weil normalerweise, kennt man, Tretkobeln, die begreift jedes Kind relativ schnell. Das da ist so hin und her. Und wenn man da einmal außer Tritt kommt, hat man nämlich unten die Schienbeine, komplett blutig und offen. Genau, weil die Dinger bewegen sich einfach weiter, wenn das Ding rollt. Und ich habe das Auto als Kind gehasst, hätte es heute sehr gerne wieder, aber es ist weg. Das war keine gute Konstruktion. Aber das war die Antriebsmechanik halt zu dieser Zeit bei einigen Herstellern, ne? Ja, leider Gottes, aber hübsch sieht er aus. Was soll das überhaupt für ein Auto sein? Müsstest du eigentlich eher noch wissen, wie ich. Weißt du es, Marlen? Ja, Borgwart. Isabella Borgwart, genau. Das ist Isabella Borgwart. Sag mal, der ist aber aus der Form geraten. So ein bisschen. Ich hatte fast gedacht, das wäre ein Fantasieauto, weil er so knubbelig, sehr schmal ist, ne? So, woher weißt du das? Hat der Opa da immer gesagt? Ja, der hat auch noch so ein Heft dazu gegeben, also wo man sich das Original angucken konnte. Fand aber auch nicht, dass das so Ähnlichkeit zu dem hatte. Ist so, also gerade die Schnauze vorne, die sehr platt gedrückt ist, also es sollte wirklich ein Isabella Borgwart darstellen. Und wir haben hier Fairbedo auch den Hersteller, der kommt aus Fürth. Und die Gründung war um 1900 und ab 1910, 1915 haben die dann angefangen auch Tretautos zu bauen. Die gibt es heute noch, die Firma. Also die bauen heute auch tatsächlich noch Tretautos oder man nennt es ja immer den Oberbegriff Kettgar. Womit wir jetzt schon bei einem Punkt sind, der mir überhaupt nicht gefällt. Ja, aber darf ich sagen, weil ich habe zwei Sachen gesehen, drei Sachen, die nicht original sein können. Das ist das Lenkrad, das ist die Hupe und das sind die Schrauben außen. Genau. Die Hubmuttern, die passen überhaupt nicht. Was noch ist, Lenkrad hast du gerade schon erwähnt, ist aus einem neueren Kettgar, ist aus Kunststoff, weil das andere war wirklich aus so einem Druckguss. Das war ein weißes Lenkrad. Meistens ist es so, dass die Leute anfangen, ein Objekt zu restaurieren und da fehlt nachher die Kohle und dann wird schlampig. Und hier war es dann genauso. Was mich am meisten stört, ist, dass wir den alten Windschutzscheibenrahmen nicht mehr haben. Weil hier oben drauf haben wir diese Befestigungsschrauben und hier war letztendlich ein Rahmen mit einer zweiteiligen Windschutzscheibe. Ist nicht ganz so toll. Ich mache jetzt was ganz Wildes. Ich drehe das Auto einmal kurz. Soll ich dir helfen? Ne, das geht schon. Warte. Was mir auch nicht gefällt. Hat der Opa denn sonst irgendwas über das Auto erzählt? Nö, das hat er mir auch verschwiegen. Zwei verschiedene Streutgläser in den Schallwäfern. Aber was ich sehr witzig finde, pass mal auf, Horst. Ach, Licht funktioniert. Licht funktioniert. Kaum ist der Lichter da, brennen Lampen. Hat der Opa denn mal irgendwas über Werte erzählt? Der Opa nicht direkt, aber es stand hier dann eine Zeit lang bei meiner Mutter. Und sie hatte das auch versucht irgendwie zu verkaufen. Dann kam auch ein Händler zu ihr, der mehrere Autos von solchen Autos hat und der hatte gesagt, dass er das unter 300 Euro nicht verkaufen würde. Aber das ist natürlich nicht der Händlerpreis. Stimmt. So, und wo ist eure Schmerzgrenze angesiedelt? Ich sag jetzt mal eure, weil ich denke mal, die Mama hat noch ein Wort mitzureden, oder? Naja, ja, okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt wo ich hier bin. Ja, eigentlich schon. Aber sie meinte, sie wäre nicht böse drum, wenn es einfach weg wäre. Das heißt, du darfst das Geld behalten? Ja. Was würdest du damit machen, Marlene? Ja, vielleicht so mal shoppen gehen oder so. Mal gucken, wie viel dabei rauskommt. Schuhe? Ich weiß es nicht. Ja, Schuhe auf jeden Fall. Ja, Schuhe müssen sein. So, kriegen wir ein paar Schuhe hin, weil die fangen ja relativ günstig an. Ja, hast du recht. Die Flipflops fangen bei 5 Euro an. Ja, eben. 2,99. Ja. Nein. Ich fasse jetzt einmal ganz kurz zusammen. Ja, bitte. Namhafter Hersteller, heute noch unterwegs in der Spielzeugbranche. Schön restauriert, Fehlteile. Das Modell selber stammt so wirklich aus Ende der 50er Jahre, weil die Isabella Borgwerk gab es von 1957 bis 1961. Und auch in diesem Zeitraum haben die dieses Fahrzeug gebaut und wurde es auch verkauft. Es ist ein schönes Blechspielzeug oder Blechauto. Je nach Modell, je nach Hersteller kann ein Blechauto bis zu 10.000 Euro bringen. Hier würde ich so 250 bis 300 Euro unterschreiben in dem Zustand. Auch trotz der Fehlteile. Trotz der Fehlteile. Trotz der Fehlteile. Wäre das Modell noch etwas älter gewesen, sprich aus den 20er, 30er Jahren, dann ist diese Summe auch extremst schnell verdoppelt oder verdreifacht. Das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an. Marleen, für dich die Händlerkarte. Ja. Auf das mehr als zwei Paar Schuhe rauspringen. Marleen. Okay. Dankeschön, dass du hier warst. Vielen Dankeschön. Vielen Dankeschön. Und hier vorne geht es lang zum Händleraum. Siehst du? Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich bin ein alter Mann. Ich wollte die ganze Zeit. Ich wollte die ganze Zeit. Ja, aber ich habe mich hier die ganze Zeit, weißt du, Bauch rein, weißt du, wenn du so einen jungen Torb... Ist doch alles in Ordnung. Jetzt hubst du, da geht man auf die Pumpe. Ich finde es schon schön. Ja, überrascht hat mich, dass die Windschutzscheibe fehlte und das mit den Schrauben habe ich mir schon gedacht. Das sah schon ein bisschen anders aus, aber ich bin trotzdem zufrieden. Blechautos oder überhaupt alte Tretautos oder altes Blechspielzeug, dafür gibt es die große Sammlergemeinde. Das weiß jeder unserer einzelnen Händler oder auch Händlerinnen. Von daher denke ich, dass das Modell trotz der Fehlteile einen großen Anklang bei dem finden wird. Im Verkaufsraum funkelt das kleine Auto die Händler an und erweckt zumindest schon mal ihr Interesse. Ist ein Tretauto. Vorsicht, dass es nicht runterfällt. Das soll mal ein Renault sein. Das Auto spielt gleich keine Rolle mehr. Aber der ist flatschneu. Neu restauriert, Walter, oder? Nein. Der ist nicht neu, der ist nur gergericht restauriert. Glaubt man es, der ist original? Ehrlich? Nein. Also ein bisschen nervös bin ich natürlich, auch weil ich nicht so gut handeln kann eigentlich, aber ich gebe mein Bestes. Marlins Gefährt wurde nicht fachgerecht restauriert. Jetzt kommt es darauf an, ob die Händler es trotzdem ausreichend wertschätzen. Guten Tag, die Dame. Hallo. Grüß Gott. Verbedo ist die Marke. Wer hat denn dieses Ding restauriert? Waren Sie da selber? Nein. Nein, das war mein Opa mit einem Freund. Oder aus welcher Zeit das sein soll? Ich schätze 50er, 60er Jahre. Ja, also wird mir auch gesagt. Das kommt genau hin. 1960. Das kann sein, ja. Das kommt gut geschätzt. Ich kenne dieses Modell nur mit einer Scheibe, die hier nicht dran ist. Fehlt die? Ja. Sehen Sie? Und ich kenne das Auto mit Speichenrädern. Ich weiß nicht, ob das zwei Modelle gab oder so. Und vorne im Licht müsste auch Ferbedo stehen. Das steht dran. Siehst du das? Ja, das sehe ich. Dann ist es ein Ferbedo. Er ist natürlich restauriert und deswegen, ich weiß auch nicht, ob das Lenkrad original ist, das weiß ich auch nicht. Die haben da mehrere Modelle gebaut mit Speichenrädern. Die Räder sind da auch original. Die haben nicht ausgewechselt worden. Das glaube ich. Das Lenkrad glaube ich nicht, oder? Wissen Sie das? Lenkrad ist, meine ich, ausgewechselt worden. Ausgewechselt. Reifen auch. Reifen, das weiß ich nicht. Aber da steht ja auch Ferbedo noch drauf. Ja, ja. Ja, sie gibt ihr Bestes, man sieht es. Das ist wie heutzutage, gibt es auch Alufelgen für die schönen Autos. Und das ist halt die Standardausführung. Das Auto ist toll, das lässt sich auch verkaufen. Der Originalzustand wäre natürlich wesentlich höher. Trotzdem fange ich hier an mit 250 Euro. Das ist mein erstes Gebot. Ja. Ja, ich sag, es braucht es. Immerhin, das sind 30 Euro mehr. Was ist mit der rechten Flanke? Nein, erstmal zu 5.9 dran gefreckt. Wenn ein Sammler kommt, hört man dir, ja, das Ding zum Teufel. Ja, den kauft man für ein Kind, das ist wohl ein Vater mit. Ja, für mich auch. Also für mich ist das nix. Wenn er das jetzt schon in seinem Laden hätte, dann wäre es das beste Tretort der Welt. Fabian, für dich. Du weißt, ich schau Autos an, wie die Sau ins Uhrwerk schaut, sag ich mal. Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber 300 sage ich trotzdem. 300 ist doch besser. Ja, ist doch besser. Ja, so wert ist es. Sind wir schon. Sind wir schon da. Ja, langsam. Ich sag noch 310. Ist das ein Deal? Oder kommt das Street-Auto wieder mit nach Hause? Ich tue das schon bezahlt, bitte. Wollen Sie mit mir ein Geschäft machen? Ja, freilich. Ja, okay. Dann treten Sie nach vorne. Genau so ist das. Eins, zwei, drei und zehn. Und Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke für's. Tschüss. 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 Auf jeden Fall hat dieses Auto ein Profi lackiert. Lackiert ist sehr gut. Hast du die Lackierung? Also wirklich, ich weiß, wenn man gut lackiert und man nicht. Ja, die Lackierung ist gut. Ist komplett restauriert. Hat die Arbeit. Natürlich. Muss alles abgebaut werden. Für mich war es wichtig, dass es original ist. Es ist ein Original aus den 50er, 60er Jahren, schätze ich. Ja. Also ich fand, das ist ganz gut gelaufen. Die Expertise war ja bei 250 Euro und ich habe jetzt 310 Euro bekommen. Also da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin als ein paar Schuhe. Also ich habe schon öfter mal so ein Drehtauto verkauft. Einmal in einem sehr schlechten Zustand, da habe ich gutes Geld verdient. Einmal in einem sehr guten Zustand, da habe ich gutes Geld verdient. Und das ist bis jetzt mein erstes Exponat, das top restauriert ist. Und jetzt bin ich gespannt, was ich daraus mache.